Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Energie, Mobilität, Internationalität, Tourismus, Wohnen, Kultur, Sport, demografischer Wandel. Diese Themen wollen gelebt werden, heute und in der Zukunft. Doch ist es überhaupt möglich, all das zu haben? An einem Ort, an dem das Herz in mehreren Zentren schlägt? Was bedeutet Wirtschaftsstärke in einer Region, in der unterschiedlichste Branchen zu Hause sind? Dieser Ort erreicht Höchstwerte, denn er verbindet nicht nur Nationen, sondern auch Visionen. Der größte Flughafen Europas trifft auf die älteste Messe des Globus. Riesige Datenmengen sind hier unterwegs, durch einen Internetknoten mit Spitzenleistung. 150 Weltmarktführer arbeiten an diesem Ort, wo Made in Germany Tagesgeschäft ist. Was bezeichnet Wissenschaft? Sie besteht aus den Theorien der Philosophen und Denker der Vergangenheit. Aber auch aus dem Handeln ausgezeichneter Ingenieure der Zukunft. All das in einer Region, die an 25 Universitäten mehr als 200.000 Studenten ausbildet. Hier entstehen Ideen für morgen in über 70 Forschungszentren und Instituten. Was macht Internationalität so inspirierend? Sind es die spannenden Unterschiede zwischen 170 Nationen und 200 Sprachen? Oder ist es der Zusammenhalt der Menschen aus aller Welt, die eine neue gemeinsame Heimat gefunden haben? Diese Region bietet über 30 internationale Schulen. Warum ist Kultur so faszinierend? Liegt ihre Kraft in Kunst und Naturkunde, die uns grenzenlos beeindrucken? In einer Region, die dem Wahren, Schönen und Guten frönt, deren Imposanz und kulinarische Genüsse die Sinne betören? Was begeistert nicht nur Touristen? Sind es die Sehenswürdigkeiten in den Städten oder ist es die Ruhe des Umlandes? Wichtig ist schließlich die Frage nach dem Leben. Steckt es in der Dynamik einer urbanen Atmosphäre? Oder pulsiert es leise in der Idylle der Natur mit weiter Waldfläche und zahlreichen Parks, die zum Verweilen einladen? Heimat bedeutet hier, auch mal Abstand zu gewinnen und bequem reisen zu können. Man sagt, Chancen sind dafür da, um ergriffen zu werden und sie zu etwas Großem zu machen. Aber können wir alle Möglichkeiten zugleich haben? Die Antwort ist ja. Das ist die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Global denken, regional handeln. Im Herzen Europas. Zusammen stark. Im Herzen Europas. 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 Im Herzen Europas.